Hallo, hallo. Mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser magischen Folge möchte ich dir das Mindset des Advocatus Diaboli vorstellen als Methode gegen Gruppenzwang und für Perspektivenwechsel. Let's go. Perspektivenwechsel ist, wie du weißt, eine Form von Power Energy, wenn du die Perspektive wechseln kannst, wenn du andere Perspektiven einnehmen kannst und wenn du Empathie hast, was auch eng verknüpft ist mit deinen Spiegelneuronen, dann kannst du dich in andere hineinversetzen. Also wenn jetzt zum Beispiel viele um dich herum gähnen, wirst du höchstwahrscheinlich irgendwann auch gähnen, weil das ansteckend ist und auch Energien allgemein sind ansteckend. Deswegen musst du auch immer dafür Sorge tragen, dass du in einem Umfeld bist, wo eine positive Energie herrscht, denn wie gesagt, negative Energien ziehen dich langfristig runter und wie gesagt, das ist ganz gefährlich, wenn du eben wo bist, privat wie beruflich, wo negative Energien herrschen. Ja, also das merkst du daran, dass du Schuld, Angst, Scham empfindest oder eventuell auch Depression, höher schwingend wäre Wut, aber all das ist eben negativ und bedeutet, dass es dir nicht gut geht, da wo du bist. By the way haben Psychopathen keine echte Empathie, sie können Empathie nur spielen und höchstwahrscheinlich begegnet dir im Laufe deines Lebens jemand, der ein echter Psychopath ist, also der wirklich keine Empathie hat, der komplett rücksichtslos ist und nur schaut, dass seine Interessen gewahrt sind. Und ja, interessanterweise finden sich ja Narzissten und Psychopathen häufig in Führungspositionen und jetzt in der aktuellen Zeit, wo eben ja auch Energy Shifts weltweit stattfinden, denke ich, dass sich die Zeiten von solchen Menschen mehr und mehr dem Ende neigen, weil die Leute eben sagen, Moment mal, wieso sollte ich mich eigentlich die ganze Zeit so behandeln lassen? Warum sollte ich für jemanden arbeiten, der mich wie Dreck behandelt? Also ich persönlich glaube, dass sich die Zeiten von Narzissten und Egomanen und Psychopathen dem Ende neigen und finde das auch sehr gut, aber das nur am Rande erwähnt. Was jetzt also mit Advocatus Diaboli, also wie gesagt, eine Methode gegen den Gruppenzwang und für den Perspektivenwechsel. Ja, also es geht darum, dass man den Advocatus Diaboli benutzt, um zu sehen, was ist denn noch möglich, um auch zum Beispiel vorausschauend zu denken. Ja, also Klugheit wird nicht selten definiert als Nachsicht, Voraussicht, Umsicht und Vorsicht. Und das hat nichts mit Ängstlichkeit zu tun, sondern einfach mit vorausschauendem Denken. Ja, ich bin ein großer Fan des Mindsets sei der Homo Prospectus, also jemand, der vorausschauend denkt und auch vorausschauend plant, also Strategien entwickelt, aber diese immer wieder anpasst. Ja, also auch kein starres Festhalten an Plänen und Strategien, weil das Leben kommt ja immer anders, als man denkt. Ja, das kennst du sicher und hast du auch selber schon erlebt. Aber so eine gewisse Grundstruktur muss da schon sein und dann kannst du immer wieder nachjustieren, anpassen oder gegebenenfalls auch komplett über den Haufen werfen. Ja, also du kannst ja machen, was du willst, weil es ist ja dein Leben. Und ein Advocatus Diaboli ist sozusagen jemand, der auch diesen Perspektivenwechsel vorantreibt, weil wenn du eben nur so starr in eine Richtung denkst, nur lineal in eine Richtung denkst und glaubst, alle Menschen tun das, was du sagst oder alle Menschen tun das, was sie selber sagen, dann bist du sehr naiv und läufst auf dem Holzweg. Ja, also ein Advocatus Diaboli, das ist lateinisch und bedeutet der Anwalt des Teufels und ist ein alter lateinischer Ausdruck, der ursprünglich eben in der römisch-katholischen Kirche die Person bezeichnet hat, die dann eben im Verfahren einer Selig- oder Heiligsprechung von einer bestimmten Persönlichkeit diverse Argumente vorgetragen hat, die eben gegen diese Persönlichkeit gesprochen haben. Ja, also er hat sozusagen die Gegenargumente gesammelt, was spricht dagegen, dass jemand heilig gesprochen wird und dann gab es natürlich auch den Gegenpart, also die Gegenposition, der sogenannte Advocatus Angeli, ja, der dann für die Seligsprechung Argumente gesammelt hat. Ja, und natürlich ist das heutzutage keine Seligsprechung mehr oder Heiligsprechung, wo man sagt, wird jetzt jemand heilig oder selig gesprochen, also zumindest nicht in deinem Alltag höchstwahrscheinlich, ja, sondern es geht eben immer darum, entscheidet man sich zum Beispiel für eine Person, dass man die einstellt im Unternehmen oder dass man sie entlässt oder entscheidet man sich für eine Person privat als romantischer Beziehungspartner oder als Freund oder entscheidet man sich dagegen. Und natürlich hat man da immer verschiedene Argumente, die für und gegen jemanden sprechen oder auch gegen etwas oder für etwas, ja, ein Projekt, eine Idee, einen Urlaub, irgendeine Veränderung. Man hat ja immer Argumente und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass nur weil man auf einer Seite viele Argumente hat, das nicht heißt, dass die Quantität zählt, sondern am Ende zählt ja immer die Qualität, ja, also gerade in engen Beziehungen wirst du merken, vielleicht spricht er wenig dafür, aber die Liebe ist einfach zu stark, ja, oder du merkst, ein Haustier, es schluckt dir so viel Geld, ja, dauernd musst du zum Arzt, aber du liebst dieses Tier und du würdest weiterhin tausende Euro reinballern, obwohl du weißt, dass das Tier nicht mehr lange leben wird und dass es sich auf der sachlichen Ebene nicht rechnet, aber dein Herz hängt dran, ja, also man kann nicht alles einfach so sachlich, ja, aufrechnen und sagen, okay, jetzt stehen da zehn Sachen und da stehen fünf Sachen, ja, also teilweise auf einer Seite können noch hundert Sachen stehen, aber wenn die Energie auf der einen Seite einfach stärker ist, dann reicht auch ein einziges Argument, ja, also wie gesagt, Qualität gewinnt immer über Quantität und so ist das eben dann auch beruflich wie privat, deswegen möchte ich betonen beim Advocatus Angeli im Work-Life-Flow von dir selbst geht es mehr darum, dass du auch ein Bewusstsein für diese Tatsache hast, dass Qualität immer über Quantität geht und wie gesagt, dass Perspektivenwechsel Power Energy ist, ja, also dass du guckst, okay, wie sieht das Ganze von außen aus, wie könnte man das noch interpretieren, wie könnte man das noch irgendwie framen, ja, hierzu empfehle ich dir auch meine Playlist Neurolinguistisches Programmieren, wo ich darüber spreche, wie man eben mit Gedanken und Worten, also mit Sprache die Realität erschafft, weil alles auch eine Frage des Framings und Labelings ist, ja, also es gibt diese eine objektive Wahrheit nicht, natürlich gibt es eine gewisse Gesetzgebung, ja, also eine sachliche Ebene, aber innerhalb dieses Rahmens gibt es eben viele Grautöne und dessen musst du dir bewusst sein, beruflich wie privat, weil alles ist immer eine Frage der Perspektive und der Definition, ja, jeder definiert etwas anders, wir sehen das in Regierungen, wir sehen das in Ländern, wir sehen das in Parteien, wir sehen das in, ja, sämtlichen Institutionen, die es gibt, auch in Familien, also im Kleinen wie im Großen, ja, kollektiv, global, individuell, alles ist eine Frage der Definition und Perspektive und deswegen musst du auch immer erstmal herausfinden, wie definiert wer was, weil du kannst nicht einfach davon ausgehen, dass das, was du denkst, auch das ist, was die anderen denken, ja, weil jeder seine eigenen Überzeugungen hat, sein eigenes Narrativ, seine eigenen Gedanken und sein eigenes Weltbild und du kannst eben nicht von dir automatisch auf andere schließen und dieses Wissen beziehungsweise Bewusstsein, ja, Bewusstsein geht immer tiefer als Wissen, ist deswegen so relevant, weil sonst ein Zusammenarbeiten und Zusammenleben gerade in der heutigen Zeit nicht mehr gelingt, weil gerade auch durch Social Media und das Internet die Realität immer brüchiger wird, ja, jeder lebt so in seiner Bubble, jeder glaubt, was er glauben will und jeder konsumiert die Medien, die dann eh schon das bestehende Weltbild nochmal verstärken und deswegen ist es auch wichtig, dass man eben andere Perspektiven einnimmt, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich bin ein Vertreter dieser Partei, dann sammelst du einfach mal bewusst Argumente, die gegen diese Partei sprechen, nicht um jetzt von deiner Parteiwahl abzuweichen, sondern einfach, um zu überlegen, Moment mal, kann ich das wirklich mit mir vereinbaren oder bin ich vielleicht nur Fan dieser Partei, weil ich so viel darüber gehört habe, weil da in der letzten Zeit viel in die Richtung geframed wurde, weil andere mich beeinflusst haben, ja, also du musst doch immer wissen, warum handle und denke und entscheide ich so, wie ich handle, denke und entscheide, ja, wer beeinflusst mich, wie weit, inwieweit möchte ich das, ja, wo setze ich die Grenzen, kann ich überhaupt selbstständig denken, woran mache ich das fest, wie erkenne ich das überhaupt, dass ich selbstständig denken kann, ja, also letztlich geht es ja immer um Einflussnahme, auch Manipulation, ja, in der heutigen Welt kommt das ja immer mehr zutage, dass man sich immer mehr fragt, also wer bestimmt hier eigentlich was und, ja, was ist jetzt wirklich die Wirklichkeit, wie wir alle wissen, es gibt immer eine offizielle, aber auch eine inoffizielle Version und zwar bei allem, das gibt es bei Institutionen, das gibt es bei Verpackungen im Supermarkt, ja, die Werbung hat auch ihre eigenen Tricks, überall findest du das, es gibt immer eine offizielle und eine inoffizielle Version und die Menschen sind eben in den letzten Jahren zunehmend misstrauischer geworden und, ja, das zum Teil ja auch zu Recht, wenn man sich politische Entwicklungen ansieht und deswegen ist meiner Meinung nach der Advocatus Diaboli auch im eigenen beruflichen wie privaten Alltag sehr nützlich und im Folgenden möchte ich darüber sprechen, weshalb und wie du ihn anwenden kannst. Also, wie gesagt, der Advocatus Diaboli, er sammelt die Gegenargumente und hilft damit eben auch gegen Gruppenzwang, weil man oft vorschnell denkt, man sagt, ah, so ist es, ja, weil man sieht etwas und interpretiert das eben so und so in eine bestimmte Richtung, weil man ein bestimmtes Weltbild jemandem überstülpt oder die eigene Realität jemandem überstülpt und sagt, das ist meine Welt, du bist jetzt auch in meiner Welt, aber die andere Person kann immer noch sagen, also das ist nicht meine Realität, sorry, ja, und deswegen ist es wichtig, dass man die Perspektiven wechselt und auch Perspektiven wechselt zulässt, um verschiedene Realitäten und vor allem deren Konstruktionen zu verstehen, nachvollziehen zu können, um eben auch ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das ist in Familien, wie gesagt, wichtig, im beruflichen Kontext, im privaten Kontext, ja, auch bei Freundschaften, Beziehungen, überall muss man sich dessen bewusst sein, dass es nicht die eine Realität gibt, sondern es prallen eben immer verschiedenste Mindsets und Energien aneinander, ja, verschiedene Erwartungshaltungen. Menschen haben alle Wünsche und Sehnsüchte und Träume und die wollen sie mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, erreichen, die einen machen das mehr mit Gewalt, also Force Energy, das sind so diese klassischen Tricks und Spielchen und ja, eventuell, wie gesagt, auch Gewalt oder eben mit authentischer Macht, was auch einhergeht mit höheren Emotionen und Schwingungen. Wenn dich das näher interessiert, check meine Playlist Levels of Consciousness, Spirodynamics, wo ich auch auf die Bewusstseinsskala eines US-Psychiaters namens Hawkins eingehe, der zwischen authentischer Macht und Gewalt unterschieden hat. Und ja, authentische Macht ist eben immer Power Energy, verbunden mit Gefühlen wie Freude, Enthusiasmus, Zufriedenheit, Neutralität, Zuversicht, klaren Absichten und Force Energy, wie gesagt, niedrig schwingende Emotionen, Traurigkeit, Angst, Scham, Schuld, Verzweiflung, höher schwingend die Wut. Und ja, letztlich ist das sehr spannend zu beobachten, bei einem selber, aber auch bei anderen Menschen beruflich wie privat, weil du immer guckst, okay, in welcher Energie ist jemand unterwegs, weil eine Position oder ein Status sagt noch lang nichts darüber aus, ob die Person wirklich das ist, was sie da verkörpert. Auf dem Papier steht etwas, aber in der Realität, wir wissen und kennen es alle, ist es wieder ganz anders. Jemand sagt, ich bin der Chef, du kommst da rein, merkst, du bist überhaupt nicht der Chef. Ja, also diese klassischen Geschichten. Ich denke, du weißt, was ich sagen möchte. Wie gesagt, es geht darum, dass man eben ein bestimmtes Ziel verfolgt und eben jetzt mithilfe dieses Advokatus Diaboli versucht, einem vorschnellen Konsens der Gruppe entgegenzuwirken. Also so dieses, so ist es, so machen wir es. Ja, dass dieses, okay, jetzt ist es so, dass man da manchmal auch kurz einhackt und sagt, Moment mal, was würde denn dagegen sprechen? Ja, also das heißt nicht, dass man jetzt ein Gegner von schnellen Entscheidungen sein soll, weil manche Dinge muss man einfach schnell entscheiden und manche Dinge braucht man jetzt auch nicht ewig diskutieren. Aber auch das ist eben wieder eine Frage der Definition. Und ja, das muss man dann eben dann ausdiskutieren und herausfinden, was, wann, wie viel Diskussion bedarf. Und letztlich hilft aber eben die Methode des Advokatus Diaboli dabei, dass man bestimmte kognitive Verzerrungen und dysfunktionale Überzeugungen oder auch negative Glaubenssätze aufdeckt. Ja, also zum Thema kognitive Verzerrungen habe ich auch eine Podcast-Folge hochgeladen, die du wie immer in der Beschreibung finden wirst. Auch weiterführende Podcast-Folgen zum Thema Selbstständigdenken und ja, wie du dir deine Realität erschaffen kannst, findest du in meiner Playlist Reality Creation Manifestation Energies. Als grobes Beispiel nehmen wir jetzt mal zum Thema kognitive Verzerrung einen Torwart. Also wenn man es jetzt mal ganz einfach runterrechnet, der Elfmeter wird gleich geschossen, jetzt hat der Torwart drei Möglichkeiten. Er bleibt in der Mitte, er springt nach rechts oder nach links. Und überwiegend springen Torhüter nach links und rechts, wobei das an sich keinen Sinn macht, dass sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball nach links oder rechts geht, höher ist. Weil wenn man es mal ganz neutral nimmt, ist die Wahrscheinlichkeit jeweils ein Drittel. Also ein Drittel wird der Ball nach links geschossen, ein Drittel in die Mitte, ein Drittel nach rechts. Aber oft ist es so, dass der Torwart eben der Illusion der Aktion verfällt, weil dieses in der Mitte stehen bleiben fühlt sich womöglich ein bisschen wie Faulheit und Untätigkeit an. Und er will aber produktiv sein, er will dem Team und den Zuschauern und sich selber beweisen, schaut mal, ich bin der Torwart und ich tue alles, um den Ball zu halten. Und deswegen springt er mit höherer Wahrscheinlichkeit nach links oder rechts. Wobei, wenn man es eben ganz mathematisch sachlich betrachtet, der Ball auch einfach ein Drittel zur Wahrscheinlichkeit her in der Mitte landen könnte. Natürlich kann man das jetzt wieder ausweiten und sagen, okay, aber ich habe es ja mit Spieler XY zu tun. Und der eine Manager meines Teams, der hat das ausgerechnet und hat errechnet, dass der eben immer mit höherer Wahrscheinlichkeit in die rechte obere Ecke schießt. Ja, also von allen Elfmetern, die er bisher geschossen hat, war das die Ecke, die er eben am meisten oder am öftesten, am häufigsten besser gesagt anvisiert hat. Ja, also da geht es dann natürlich nochmal mehr ins Detail. Aber wenn man das jetzt mal rausnimmt, ja, also einfach irgendeinen Spieler, den du noch nie gesehen hast, den du auch nicht analysieren kannst und irgendein Torwart, ist die Wahrscheinlichkeit einfach ein Drittel in der Mitte, ein Drittel links, ein Drittel rechts. Ja, und eine kognitive Verzerrung ist aber eben dann diese Illusion der Aktion, dieses, ich muss doch irgendwas machen, ich kann ja nicht einfach in der Mitte bleiben, obwohl es rein sachlich korrekt ist. Ja, oder dieses klassische, wir lieben die Bienen und mögen die Haie nicht. Warum? Weil wir ständig Filme schauen, wo der Hai der Böse ist, der ein Monster ist und der die Menschen zerfleischt. Und die Biene assoziieren wir mit Honig und dass sie so süß rumfliegt und einfach was für die Umwelt macht. Dabei sterben tatsächlich mehr Menschen an Bienenstichen als an Haiangriffen. Ja, also es ist auch wieder eine negative Form des Framings gegenüber dem Hai und ein positives Framing gegenüber der Biene. Aber nur weil etwas süß ist, heißt es nicht, dass es nicht gefährlich ist. Und nur weil etwas bedrohlich ausschaut, heißt es nicht, dass es automatisch gefährlich ist. Ja, auch eine Form der kognitiven Verzerrung. Und letztlich dient eben, wie gesagt, der Advocatus Diaboli uns dabei, dass wir eben in verschiedensten Kontexten solche dysfunktionalen Überzeugungen und kognitiven Verzerrungen erkennen. Leider wird der Advocatus Diaboli oft gerade im beruflichen Kontext oder auch privat als querulant gekennzeichnet zu dieses, ach, du hast auch immer ein Gegenargument, immer bist du dagegen. Ja, aber es ist ja ein Zeichen von Intelligenz, wenn man auch die Perspektive wechseln kann. Und wie gesagt, immer eine Frage des Kontextes. Es gibt Dinge, da muss man nicht hinterfragen, weil es wirklich eindeutig ist oder auch einfach nicht so relevant, als dass man das jetzt noch mal tausendmal drehen müsste. Aber es gibt durchaus Thematiken, die kann man nicht einfach so hinlegen und sagen, das ist die Realität, sondern man muss da auch andere Perspektiven zulassen. Und wie gesagt, aus meiner Perspektive haben Narzissmus und narzisstische Züge zunehmend ausgedient, weil, wie gesagt, die Realität global, kollektiv und individuell immer brüchiger wird und du ohne Perspektivenwechsel maximal verloren bist, beruflich wie privat. Du verlierst deine Beziehungen, du wirst beruflich nicht vorankommen, es wird immer Probleme geben und die basieren eben oft auf zwischenmenschlichen Problemen, mangelhafte Kommunikation. Und das ist ja letztlich prinzipiell ein Kernproblem, dass die Menschen nicht richtig kommunizieren, dass sie immer von dem ausgehen, was sie selber für richtig halten. Aber wie gesagt, deine Realität muss nicht die Realität eines anderen sein und umgekehrt. Und man muss immer gucken, was ist der gemeinsame Nenner, was ist das gemeinsame Ziel. Und die Rolle des Advokatus Diaboli hilft eben dabei, Perspektivenwechsel voranzutreiben, privat wie beruflich. Und ja, letztlich ist es ja auch so, dass im beruflichen Kontext dominantere Persönlichkeiten oder die in der Hierarchie höher stehen, dass sie sich leichter durchsetzen können. Aber das heißt natürlich nicht, dass das, was sie dann auch sagen und tun, wirklich richtig ist. Also wie gesagt, Realität immer ein Konstrukt. Wer die Macht hat, wer an der Macht ist, der bestimmt über die Realität und über das Narrativ. Aber das heißt nicht, dass es so ist. Teenager kennen das sehr gut. Deine Eltern reden irgendwas, machen irgendwas und du fragst dich die ganze Zeit, was das soll und weißt genau, dass es überhaupt keinen Sinn macht und dass sie einfach völlig in der alten Vergangenheit hängen und nicht checken, wie die Gegenwart läuft. Aber du gibst es auch irgendwann auf, weil du weißt, die checken sowieso nicht. Als Erwachsene hast du dann wieder mehr Gnade. Und wenn du dann eigene Kinder hast, dann hoffst du, dass sie auch gnädig mit dir sind, weil sie auch irgendwann checken, dass du nichts checkst, weil du immer noch in deiner Realität bist und nicht checkst, was ihre Realität ist. Also auch immer sehr spannend natürlich dieser Machtshift. Und ja, wie gesagt, der Advocatus Diaboli hilft eben bei Entscheidungsprozessen, bei der Lösungsfindung und hilft eben auch Ideen kontrovers zu betrachten. Wie gesagt, oft wird er negativ geframed, der Advocatus Diaboli, weil man dann sagt, ja, du bist ja immer dagegen, du bist ja immer Anti und Menschen, die wirklich permanent immer alles kritisieren. Ja, die sind dann eventuell auch einfach kritiksychtig und müssen immer irgendwie auch so negative Vibes mitbringen. Aber ich persönlich glaube, dass man das an der Energie merkt, ob jetzt jemand wirklich ständig alles nur hatet und schlecht machen möchte oder ob wirklich sachliche Argumente vorliegen, die man einfach nicht ignorieren darf oder zumindest nicht zu lange. Denn natürlich kannst du die Augen vor der Realität verschließen, aber niemals vor ihren Konsequenzen. Diese werden immer spürbar sein. Und es gibt nun mal eine Realität, die kannst du nicht ausblenden. Und das ist eben, wie es dir geht, emotional, finanziell, sozial. Ja, also da kann noch so jemand oft reden, was er alles toll macht und bla bla bla. Aber wenn er dann nichts gerissen hat im Leben, dann ist es so. Also da kann er noch so viel quatschen. Es ist dann einfach so. Ja, also es gibt auch eine Realität, die alle sehen. Und da lässt sich dann auch nichts mehr framen. Ja, also man muss auch immer unterscheiden. Es gibt Menschen, die sind einfach so wichtig, die ich tue, die immer so quatschen und sich wichtig machen und profilieren wollen oder ob jemand wirklich lösungsorientiert ist und wirklich irgendetwas macht oder eben auch nicht. Ja, aber das merkt man ja dann mit der Zeit. Deswegen alles eine Frage des Kontextes. Ich persönlich empfehle dir auch, in dir selbst, in deinem Kopf, eine Art Advocatus Diaboli zu entwickeln, der dich auch selber immer wieder hinterfragt. Denn ich persönlich denke auch, Selbstreflexion ist Power Energy. Ja, nur weil du etwas denkst oder glaubst, heißt das ja nicht, dass das wirklich wahr ist. Ja, eventuell hattest du mal eine negative Bezugsperson, die dir immer vermittelt hat mit Worten oder mit dem Gefühl, dass du nichts bist, dass du nichts kannst, dass du schlecht bist oder was auch immer. Und dieses Gefühl tragen dann sehr viele Erwachsene ihr Leben lang mit sich herum, ja, mit Minderwertigkeitskomplexen, mit einem sehr niedrigen Selbstwert. Und den versuchen sie dann eben wieder mit Force Energy zu kompensieren, indem sie zum Beispiel andere schlecht machen, um von sich selber abzulenken. Ja, deswegen auch mein Mindset. Konzentrier dich immer auf das, was du beeinflussen kannst. Und das ist eben deine Haltung und dein Energy Level. Ja, mach das nicht von Umständen abhängig von anderen Menschen. Ja, du kannst niemanden retten. Du kannst nur Impulse geben. Und wie gesagt, der Advocatus Diaboli in deinem Kopf hilft dir auch dabei, dich selbst zu hinterfragen und dich immer wieder daran zu erinnern, dass nichts einfach so ist, wie es scheint und immer alles ein Konstrukt ist. Ja, auch Gruppendynamiken sind immer sehr komplex. Du kannst nie einfach sagen, so ist es, sondern wenn eine Person dazukommt oder jemand Neues dazukommt und jemand anderes geht, dann ist schon wieder eine neue Gruppendynamik. Ja, wir alle kennen das. Es gibt immer so diesen klassischen Anführer. Dann gibt es die Mitläufer. Dann gibt es jemanden, der immer nur meckert. Dann gibt es jemanden, der ist komplett passiv. Der sagt, mir ist alles egal. Ja, und du weißt nicht, ist es ihm wirklich egal oder tut er nur so? Ja, will er eigentlich Aufmerksamkeit? Also das ist immer hochspannend, wenn man das aus der psychologischen Perspektive betrachtet. Und ja, letztlich Dynamiken verändern sich auch. Und gerade auch deswegen braucht man, wie gesagt, im beruflichen wie im privaten Kontext diesen Advocatus Diaboli, der dir immer wieder auch dazwischen grätscht, mental und real und sagt, stopp, halt. Ist das wirklich so? Stimmen meine Annahmen? Worauf basieren sie eigentlich? Ja, was sind meine Überzeugungen? Und inwieweit ist das dann wirklich so? Ja, deswegen auch andere Meinungen zulassen, andere Perspektiven zulassen. Das ist leider in den letzten Jahren politisch, aber auch so zwischenmenschlich sehr verloren gegangen, weil jeder immer auf seiner Realität beharrt. Aber es ist nun mal ein Fakt, dass es verschiedene Realitäten gibt, auch immer abhängig davon, wer ist, wie geprägt worden, wo aufgewachsen, ja, wie war das Elternhaus, welche Erfahrungen hat jemand gemacht und so weiter und so fort. Da spielen so viele Faktoren mit rein. Und du kannst aber nicht alles gleich berücksichtigen. Ja, der Tag hat nur 24 Stunden. Deswegen ist die Grundlösung für all diese Probleme, sage ich mal, prinzipiell auch eine starke Identität, weil du kannst jetzt eben nicht jeden befragen, weil du hast keine Zeit und du hast womöglich auch keine Lust und auch kein Interesse an jeder Lebensgeschichte. Das ist auch völlig normal. Ja, deswegen eine starke Identität kann auch andere Meinungen und Perspektiven zulassen, weil sie ja weiß, das macht mich innerlich nicht kaputt. Ja, das bedroht mein Ego nicht, wenn jemand anderes Neues kommt und andere Ideen hat oder was anders machen möchte. Ich kann ja immer noch für mich entscheiden und das ganz sachlich klären. Ich brauche keine toxischen Vibes, ich brauche keine Force Energy. Ja, also ein Advocatus Diaboli hat eben diese Aufgabe, dass er andere Meinungen zulässt, dass er andere Möglichkeiten in den Raum lässt, um, ja, wie gesagt, Perspektivenwechsel, wie gesagt, voranzutreiben, um auch zu gucken, Moment mal, wo sind eben kognitive Verzerrungen, wo stimmt etwas nicht oder nicht mehr? Ja, es kann ja sein, dass etwas mal funktioniert hat, aber eben nicht mehr funktioniert. Das muss man auch immer wieder reflektieren. Nur weil etwas einmal funktioniert, heißt es nicht, dass es für immer funktioniert. Und deswegen, wie gesagt, der Advocatus Diaboli für dich selber, beruflich wie privat, meiner Ansicht nach, wirklich ein Muss, und weil er eben auch dir dabei hilft, immun gegen Gruppenzwang zu werden, ja, nur weil alle etwas sagen, musst du das für dich nicht übernehmen. Wenn alle sagen, das ist grün und du siehst ganz klar, das ist rot, dann musst du nicht sagen, ich sehe da grün, wenn ihr da grün seht, sondern du sagst, nein, ich sehe rot und ich bleibe stehen. Ihr könnt über die Ampel gehen, ich mache es nicht. Ja, du musst für dich selber Verantwortung übernehmen und für dich selber Entscheidungen treffen und wenn du in deinem tiefsten Inneren weißt, dass etwas falsch ist, dann musst du es nicht machen, nur weil alle sagen, es ist richtig. Und auch umgekehrt, ja, du musst für deine eigenen Entscheidungen Verantwortung übernehmen und du musst auch für deine Gedanken und Gefühle Verantwortung übernehmen. Du darfst sie niemandem anderen zuschieben und sagen, du musst für mein Leben Verantwortung übernehmen, was soll ich denn jetzt machen? Du kannst dir Meinungen anhören, du kannst Fragen stellen, du kannst dir Hilfe holen und Ratschläge hören und alles, aber du musst für dich selber Entscheidungen treffen und dann auch die Konsequenzen tragen. Das ist ganz wichtig, dass du das weißt, deswegen ist der Advocatus Diaboli so wichtig, weil, wie gesagt, du kannst nicht einfach sagen, so ist es, so bleibt es, ja, Dinge verändern sich, Veränderung ist die einzige Konstante, die es gibt und deswegen finde ich, der Advocatus Diaboli wird heutzutage viel zu negativ geframed, ja, weil die Leute oft denken, naja, aber das habe ich da mal gehört und da mal gesehen, ja, aber es gibt eben auch andere Meinungen und andere Perspektiven und letztlich muss man immer gucken, was kommt denn bei welcher Meinung raus? Ja, was ist das Ergebnis davon? Du kannst natürlich eine bestimmte Meinung vertreten, aber wenn dann deine Lebensqualität und deine Beziehungen und dein ganzes Leben darunter leiden, dann ist diese Meinung vielleicht nicht so hilfreich, auch wenn sie sich für dich wahr anfühlt, ja, also man muss auch immer gucken, wohin führt dann das Ganze, ja, die ganzen Gedanken und Gefühle, all das hat ja Konsequenzen, Energien sind real, du kannst, wie gesagt, die Realität leugnen, aber du kannst nie ihre Konsequenzen leugnen und deswegen braucht man aus meiner Sicht eben diesen AdvoCatus Diaboli beruflich wie privat in sämtlichen Bereichen einfach Gegenmeinungen zulassen und nicht gleich Tutschlagen, nicht gleich Canceln, nicht gleich sagen, das wollen wir hier nicht, das können wir nicht, so ist es nicht, ja, das kannst du einmal sagen, das kannst du zweimal sagen, aber glaub mir, in spätestens zehn Jahren wirst du daran denken und dich fragen, hm, vielleicht war da doch noch ein bisschen eine andere Perspektive möglich, ja, das ist wie gesagt immer auch eine Frage des Willens und des Wollens, weil viele Menschen gerade auch in Führungspositionen, sage ich mal, große Ego-Probleme haben, weil sie eben denken, ich bin hier der Chef, ja, du bist der Chef, aber ein guter Chef kann eben andere Perspektiven einnehmen und denkt nicht stur in eine Richtung. Das nur am Rande, wie gesagt, das gilt auch für das Privatleben, du kannst nicht einfach sagen, so ist es und so bleibt es, das funktioniert nicht mehr, wir leben nicht mehr in einer linearen Welt der Informationen, sondern es gibt eben intransparente Kausalketten, du kannst nicht alles verstehen, du kannst nicht zu Adam und Eva bei jedem Ding zurückgehen und sagen, aha, deswegen, ja, das war die Ursache dafür, ja, jeder interpretiert die Realität, wie er möchte und eben auch ausgerichtet nach dem, was er haben möchte, aber die Frage ist, das, was du da möchtest, ist das denn wirklich zielführend für das große Ganze? Das muss man sich ja immer fragen, auch im privaten, wie gesagt, wie im beruflichen Kontext und wie gesagt, der Advokat ist Diaboli, meiner Ansicht nach kein Störenfried, sondern eine Bereicherung, weil er einfach mal sagt, Moment mal, ich glaube, das kann man auch anders sehen, wie gesagt, du kannst den für dich selbst trainieren, indem du einfach mal aufschreibst, was so deine Meinungen sind, ja, zu bestimmten Themen, zur Partei, die du magst, zu Klimawandel, wie eine gute Beziehung aus deiner Sicht aussehen sollte, was ist für dich Liebe, was sind gute Hobbys, was ist ein gutes Leben, ja, schreibst du mal auf, einfach deine Meinung zu bestimmten Thematiken, was ist Wohlstand, was ist Reichtum, wie sieht für dich Gesundheit aus, wie sieht für dich ein erfolgreiches Leben aus und dann übernimmst du die Rolle des Advokatus Diaboli und nimmst mal Gegenargumente, was dagegen spricht und du wirst merken, wow, ich bin tatsächlich fähig zum Perspektivenwechsel und sehe vielleicht danach doch nicht mehr alles so und so, ja, denn wie gesagt, die Welt ist nicht schwarz-weiß, die Welt ist nicht gut und böse, ja, es gibt immer nur Interessen und Motive und dessen musst du dir bewusst sein, ja, sowohl für dich als auch für andere und letztlich ist alles immer ein Energieaustausch und da, wo die Energie ins Stocken gerät, da kommen dann die Probleme, das ist immer so, finanziell, ja, zwischenmenschlich ist es immer so und deswegen ist Perspektivenwechsel eben keine, wie sage ich, keine Möglichkeit, die man mal in Erwägung ziehen könnte, sondern aus meiner Sicht eine Notwendigkeit, weil ohne Perspektivenwechsel wirklich nichts mehr funktioniert. Wie gesagt, weiterführende Podcast-Folgen auch zum Thema Aviation, Fordec, Power Energy, wie es dir hilft, wie ein Pilot zu denken und weiteres findest du in der Beschreibung. Keep it in the Villa. Ciao. Ciao. Ciao.